Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Mein Name ist Michael Anger. In diesem Video möchte ich Ihnen eine erste Einführung in die Modellation von Primärteleskopen mit der Exokation. Den Techniker tragen wir auch noch ein und über Speichern wird dieses übernommen. Über CAD starten wir jetzt die Modellationssoftware. Über Anwenden wird dieses jetzt erst abgespeichert und so werden meine NEM-Gerüste vernünftig passen. Ende der Friktionsfläche und das Ende der Einfädelfläche. Ende der Friktionsfläche